Wir haben eine Symphonie geschaffen, für die Welt, für die Menschen, für euch da draußen! Ich muss mich mal schnell noch hier ans Orgelchen gehen, weil ich nämlich heute das E-Moll spielen werde. Was ist das für eine Bewegung? Was soll das? Ich gehe jetzt hier rüber an die Orgel, der Stürzerchen, Entschuldigung, der Punisher. Der Punisher kommt jetzt mal ins Mikrofonchen, ich gehe mal ins E-Moll. Und jetzt lassen wir mal unsere Symphonie krachen hier, Freunde. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Vielen Dank.